Glück auf und willkommen zurück bei Child of Light Nee, bei Transistor So, ich soll mir den Kanal angucken, okay Ohne Witze jetzt, ich komm nicht zurück Wow 5 Okay Wow Gehindertes Nur auf der Durchreise. Jawoll. Level up. M.Loy. Neue Funktion. Loaded. Explosiv. Effektbereich. Hypnotisch. Verräterisch. Aktiver Slot-Effekt. Bildet ein was unbeständiges. Paket. Paket zur Auslösung einer großen Explosion angreifen. Erhöht den Effektbereich der meisten Funktionen. Ändert die Loyalität eines Ziels und lässt es dem Benutzer dienen. Fügt den meisten Funktionen ein... Nehmen wir mal das. Klingt irgendwie... irgendwie lustiger. Niemand hat den Sky wie Jan Dale verändert. Warum sie? Faride John. Dale. Alter 26. Was? Meteor... Meteorologie. Chemie. Der Himmel sieht blau aus, weil wir das so wollen. Okay. Zauberdauer 6 Sekunden. Ähhhhh... Also ich hab nur ein Slot frei. Der ist jetzt natürlich am liebsten da. Was? 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 Scheiße. Ne, 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 ne. Das nehmen wir mal hier für... Nein. Ach. Nehmen wir jetzt schnell das hier. So, Installation entfernen. Auch nicht installieren. Dann das... Dann das... Installation entfernen. Hä? Ach man... Ja, installieren. Ich hab mich jetzt so dran gewöhnt, dass das Hidden of A ist. Das kommt dann hier rein. Und das hier kommt mit da rein. So, haben wir's doch. Zurück... Wie soll ich das machen? Sofort... Beschuss. Pack uns einfach da oder zu. So... Okay. Pink is in. Ja, ja... Pink is in. Ehh... Ehh... Hehehe... No Q to get in. That's a first. That's a first. This can't be the channel. Ähm... Doch, das ist der Kanal. What the hell? Back for more. Easy bell. So... So... Wow... Wow... Was? Was sind keine Feinde mehr da? Weil wie das Ding einfach mal übelst langsam geworden ist, als das dann so B, 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 Loll, es ist so, Loll, diese Kombination einfach nur, oh. Hehehehehe, noch mal ein paar, oh, no, 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 Jawohl. Ich sag mal so, not bad, not bad. Okay, wir können da nichts kaputt machen. Das Übringstpunkt brauch ich gerade nicht. Sie sagen, dass alle auf und auf und auf. Hier nichts zu sehen. Diese Attacke nicht einfach mal übelstärker geworden ist, aber ich will mal was probieren. Bisschen... Wird ich nicht schon mal? Hm... Ja, unbekümmert, warum steht da unbekümmert? Ach so, Hintergrund, ach unbekümmert. Okay. Ich finde, dass Mr. Moeller die Kanäle nachts in Nordwestsichtung überquerte, wobei seine Durchschnittsgeschwindigkeit 228% höher als allgemein üblich war. Mit Sicherheit wusste er, dass der nordwestlichste Winkel von Cloud Bank aufgrund der vorstehenden Untersuchungen offline war. Wahrscheinlich war dies eine Art Anreiz für ihn. Preston Moeller hatte schon immer geträumt, alleine auf seinen selbst gebauten Motorrad durch ein verlassenes Stadtteil zu jagen. Sein Motorrad zeichnete ein Lächeln, Lachen auf, das darauf schließen lässt, dass die Realität seinem Traum in nichts nachstand. Dann aber endete die Aufzeichnung. Abrupt. Aber es ist nur bei dem einen noch was dazu gekommen. Ah, hier auch. Ach, hier ist der Hintergrund dazu gekommen. Sie war der erste Skypaint von Cloud Bank. Jemand, der aus dem sich fortwährenden veränderten Himmel ein Kunstwerk zu gestalten verstand. Ihre Arbeit erfreute Tausende, die sich daran erinnerten, den Himmel einst als gegeben hingenommen zu haben. Durch die Umgestaltung des Himmels um die Stadt herum erlangte Miss John Dale eine stattliche Anhängerschaft. Doch als mit ihren Fähigkeiten auch ihre Beliebtheit wuchs, begann sie, Forderungen zu stellen. Eine dieser Forderungen kam direkt von Herzen. Der Bezirk Gold Walk, wo ihr Verehrer lebte, zog sie magisch an. Dort wollte sie für ihr eigenes Wohl und das der Gemeinschaft den Horizont zur Sonnenwende in schimmernden Saphiren erscheinen lassen. Dies markierte den Zeitpunkt, an dem ihre Kunst zur Belastung wurde. Okay. Aber das hier wollte ich eigentlich entfernen und... Was passiert denn, wenn wir das da draufpacken? Dann muss man das hier nämlich auch nochmal entfernen. Dann packen wir das mal hier drauf. Und das packen wir mal hier drauf, weil das wird dann nämlich lustig. Lustig. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Hat sich jetzt was geändert? Ups. Ähm... Ist der jetzt stärker geworden oder so? So. Nö. Hat sich einfach nichts geändert. Okay. Ändert nichts, ändert nichts. So. Hier war auch noch kurz weg. Ändert nichts, ändert nichts. Ähm... 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 Wie wollte ich denn das drauf? Hier, gell? Neh, einfach mal das. Und das hier... Zeit spring 1, 5. Sprungweite 350. So. Fertig. Wir müssen ja hier durch. Oh Mann! 8 Blocks. Das ist ja so kurz. So. Wir können natürlich... Oder auch nicht. Warum gibt's keine Ärger? So. Wir können natürlich... Wollen wir nur sitzen und sehen, dass die Welt durchgehen kann. Ja, das wäre schön. Aber... Fies liegen. Geschützt. Woah! Ich glaube, dass wir einfach nicht. Das hat ein Schild. Das weiß ich doch nicht. Das hat ein Schild. Das weiß ich doch nicht. Achso, ich kann das nur angreifen, wenn es sich bewegt. Hä? Okay... Ich hab's ja einfach nur dreimal nicht die Treffer. Na gut, irgendwie hab ich's ja dann doch getroffen. Komm hier hoch. Oh, lol. Ping-Pong! Ping-Pong! Jawääh, Alter! Ihr seht... Nicht so einfach... wie ich... erwartet habe. Das muss ich... ganz ehrlich... zugeben. Ich hoffe, du hast bequeme Schuhe an. Ja... hoffentlich. Wir wissen es nicht. Vielleicht hat sie auch... bequeme Steckelschuhe an. Oder... unbequeme... das ist... ... Gällchen? Nein... Hier sind wir... Ehhh... Hier irgendwas? Ist da irgendwas? Dessert. Ja... Wie... wie ausgestorben... Ich ahne, wir sind hier. Ich ahne, wir sind hier. Okay, das stimmt, da kann ja keiner mit dem Tief reden. Stimmt. Der Prozess hat ihn weg. Er ist zu weit weg. Achso, nee. Och, Mann! Wenn ich auch irgendwo so einen Zusatzpunkt... so einen Zugangspunkt... What the heck? Achso. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Achso. So, wir bleiben jetzt einfach mal kurz. Das ist halt einfach nur doof. So. Wenn man einfach was mit die ganzen... Teil hier kaputt. Bevor wir uns wieder mit... der alten anlegen. Zack, zack. Oh, alter. 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 Das stimmt, die hat ja immer so einen Schatten. Ah. B. B. Danach muss ich weg. So, die kannst du eh immer nur einmal angreifen. Boah, nein, 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 nein. Heftig gegenseitig an. Was ist das? He's still kicking up. Es ist abgeprallt. Muss ich gar nicht machen. Nein! Vielleicht kann ich sie da nicht treffen, wenn sie in diesem Mode so... Ist ja auch komisch. Fuck. Woah. Oh, mein Gott. So, das muss ich erst aufladen. Ich finde das jetzt schon relativ schwierig. Wie sollen das denn später noch werden? Alter. Junge, 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 Junge. Hä, war hier jetzt nicht... Hatten hier nicht jetzt noch so ein Programm irgendwo? Hä, hätten hier nicht gerade ein Programm aufgesammelt? Hier unten? Okay, aber gut, das sind vielleicht nicht alles in Attacken. Sie haben die Lichter angelassen. Ja, ja, haben sie immer das Licht angelassen. Ja, genau. Ja. Du hast niemals ein Programm verloren. Okay. Tja. Das ist unser altes Leben. Jetzt haben wir ein neues. Let's have a look downstairs. Ich denke mal, ich muss da rein, oder? Sei. Jetzt mal gucken. Sei. Fakt, Simory wird endlich eine Pause bekommen. Natürlich wir, was für eine Frage. Ja, wenn nur. Hey, wir machen denn sowas und fertig. Let's get back to it. Wow, was ist das? Hey lol, ich bin da zu doof zu... Geht anscheinend die Story weiter. Ich will ja aber... ...alles erkunden, ne? Und darum... ...gehen wir auch erstmal... ...hier oben alles angucken, ne? Aber... ...die Folge ist sendend, aber ich will jetzt eigentlich... ...hier rein. Irgendwelche guten Nachrichten es gibt. Hey, du hast Schlagzeilen gemacht. Yay. Gestern Nacht erhielt UFC... ...die Auftritte der Auftritte... ...geendet hatten... ...mehere voneinander unterwegs Berichte... ...wie Verdächtige, wie Aktivitäten im renommierten... ...Konzertpavillon. Die Behörden prüfen noch Berichte, wonach mindestens zwei Personen schwer verletzt worden. Einer davon ist möglicherweise Red. Der Hauptdeck des Abends. Mehr dazu in Kürze. Gestern Nacht erhielt... ...ausdem alle Live-Auftritte planmäßig geendet hatten. Okay. Vielleicht veröffentlichen die ja... Ah, okay. Ja, wir machen hier erstmal folgende, ne? Dann bis zur nächsten Runde und ciao.